Die 60. Herbstmesse ist eröffnet. Wie erleichtert ist man da, wenn alles gut gegangen ist und der Ansturm wie gewohnt losgeht? Ein Jubiläum ist etwas zum Feiern und es kommt so viele Gäste, die das akzeptieren und wir sind sehr, sehr stolz, dass wieder alles gut gekommen ist, bestens gekommen ist. Jetzt ist es Ihnen auch dieses Jahr wieder geglückt, 600 Aussteller anzulocken. Wie wird es weitergehen mit der Messe? Ist ein Ausbau noch geplant? Geht das überhaupt noch? Wir haben das Problem, dass wir immer wieder neue Ideen bringen können und dürfen, dass wir immer wieder in der kleinen Gemeinschaft, wo wir sind, in Vorarlberg, dass wir uns da sehr anstrengen dürfen und können, dass wieder so viele zu uns kommen. Was ist für Sie ein unverzichtbares Highlight bei dieser Messe? Es sind immer die Sonderschauen und das Allerbeste ist, dass die Aussteller zufrieden sind.